Moin und hallo aus Bodø oder Budo oder wie immer man es ausspricht. Ja, wir sind hier am Parkplatz zum Gebiet des Kaiserwaden. Das ist hier so der Hausberg. Da wollen wir gleich ein bisschen wandern. Wir sind schon zu Fuß vom Hafen hier hoch. Das war aber über Straße und nicht besonders filmenswert. Und jetzt hoffe ich auf ein bisschen mehr Natur. Hinterher wollen wir noch mal runter in die Stadt mal schauen, was es da zu sehen gibt. Aber erstmal hoffe ich auf ein bisschen ruhige Natur zumindest. Weil, wie gesagt, hier ist ein Parkplatz. Hier wird gerade ein Hotel gebaut. Hier fahren Touristen hoch und naja gut, wir sind auch welche. Nein, wir sind Reisender. Sagen wir mal so. Also auf jeden Fall geht es jetzt erstmal ein bisschen in die hoffentlich grüne Natur und ein paar Seen wird es hoffentlich auch zu sehen geben. Bis gleich. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das ist das Norwegen, was wir uns so erträumt haben. Gemütliche Holzbänke am ruhigen See, Natur drumherum, wunderbar. Ein leichter Wind geht gerade, es ist einigermaßen warm, herrlich. Einfach nur herrlich. Ja, das war's für heute. 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 Sehr nette See, an dem wir gerade waren, war der Svart Vatnet oder wie immer es sich ausspricht. Ja, wir gehen jetzt langsam zurück zum Parkplatz und versuchen mal von da gut Richtung Innenstadt zu kommen. Und da geht's dann weiter. Ja, wir sind jetzt in der Innenstadt von Bodø angekommen. Schauen wir uns hier mal um, gehen auch gleich zum Wasser. Wir werden uns aber auch einem sogenannten Lab-Adventure, das ist so eine Art Geocaching widmen zum Thema Street Art. Und ja, das erste Objekt seht ihr hinter mir. Ich zeig's euch gleich etwas besser und spätestens dann wisst ihr auch, wo die Nordlichter herkommen. Und ja, das ist so eine Art Geocaching. Und ja, das ist so eine Art Geocaching. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit ein bisschen Färbetrieb im Hintergrund und möglicherweise etwas Wind im Mikrofon verabschieden wir uns aus der 42.000 Einwohner Stadt Bodul Heute Morgen waren wir oben auf dem Berg Er liegt jetzt ein bisschen in den Wolken Und danach die Innenstadt, ja, hat schöne Graffitis und Murruts gehabt War ansonsten aber ehrlich gesagt nichts Großartiges Liebenswert war es trotzdem Dass die Kulturhauptstadt 2024 ist, haben wir allerdings nicht gemerkt War aber nicht schlimm, war trotzdem letzter Nachmittag Und ja, jetzt geht's wieder an Bord Weiter zur nächsten Stadt Und ich hoffe, dass ihr dann auch auf meinem nächsten Video wieder mit dabei seid Danke für dieses Mal Macht's gut Tschüss Tschau, tschau